Liebe Wählerinnen und Wähler in Baden-Württemberg, heute spreche ich zu Ihnen meine dritte und vorderbar letzte Videobotschaft dieses langen, hart und seitens unserer Gegner leider auch mit äußerst unanständigen Mitteln geführten Landtagswahlkampfs. Sehr viele extrem tüchtige, motivierte und angesichts der Anfeindungen bis hin zu körperlichen Bedrohungen auch sehr mutige Mitglieder führen seit Wochen ein bis an die Grenze der eigenen Kräfte gehenden Wahlkampf für unsere noch immer junge Partei. In wenigen Tagen wird nun in unserem schönen Bundesland gewählt und mehr denn je gilt, Sie haben die Wahl. Denn es gibt mit uns jetzt endlich eine echte Alternative im politischen Angebot. Und diese Alternative für Deutschland-AfD, die eben auch eine Alternative für Baden-Württemberg ist, schickt sich gerade an, ein geradezu sensationell gutes Wahlergebnis zu erzielen. Nach der jüngsten Umfrage im Auftrag des SWR liegen wir derzeit gleich auf mit der SPD bei einem erwarteten Wert von 13 Prozent. Das heißt zunächst einmal, wer uns wählt, wird seine Stimme sicher im nächsten Landtag vertreten sehen, denn wir liegen um deutlich mehr als das Doppelte oberhalb der Fünf-Prozent-Klausel, die für den Einzug in das Parlament zu überschreiten ist. Mehr noch, wir haben tatsächlich alle Chancen, in den nächsten Landtag Baden-Württembergs als die bereits drittstärkste Kraft im Land einzuziehen. Noch vor SPD, FDP und der Partei Die Linke. Ich möchte in dieser Botschaft nicht erneut auf die zwischenzeitlich weiter gestiegenen massiven Behinderungen unseres Wahlkampfes eingehen. Das ist ein trauriges Kapitel für sich, das unsere Konkurrenten zu verantworten haben. Nach meiner Einschätzung schaden sie sich damit letztlich selbst. Denn sie, die Wähler im Land, durchschauen das längst, lassen sich von den ganzen Verleumdungen nicht hinters Licht führen. Sie richten stattdessen ihr Wahlverhalten an den politischen Programmen der antretenen Parteien und der Überzeugungskraft und Glaubwürdigkeit der für die Parteien antretenen Kandidaten aus. Das ist Demokratie. Und die lassen die Bürger sich nicht durch Schmutzkampagnen nehmen. Lieber nutze ich also die wenigen Minuten dieser Botschaft, Ihnen stichwortartig darzulegen, wofür wir, die AfD, sich im neuen Landtag im Gegensatz zu den anderen Parteien massiv einsetzen möchten und werden. Wollen Sie den ideologisch geprägten Weg in die kollektive Gemeinschaftsschule mit einheitlicher Beschulung fortsetzen? Dann wählen Sie eine der bereits etablierten Parteien. Wollen Sie dagegen das in Baden-Württemberg über Jahrzehnte bewährte mehrgliedrige Schulsysteme, bestehend aus Gymnasien, Realschulen und Werkrealschulen mit leistungsgerechter Beschulung nach individuellen Fähigkeiten erhalten bzw. zurückgewinnen? Dann wählen Sie uns, die AfD. Keine der anderen Parteien setzt sich so entschlossen gegen die Gemeinschaftsschulen und für eine Rückkehr zum mehrgliedrigen Schulsystem ein, wie wir. Wenn Sie die sogenannte neue Lernkultur begrüßen, in der die Lehrer nur noch Lernbegleiter sind und morgens die Schüler individuell selbst entscheiden, an welchen Themen sie an diesem Tag denn gern arbeiten wollen, dann können Sie getrost eine der anderen Parteien wählen. Wenn Sie dagegen für klassengeführten und lehrergeleiteten Unterricht mit Noten, mit Versetzung und klaren Leistungsstandards sind, dann wählen Sie besser die AfD. Falls Ihnen ein hochgradig ideologischer Bildungsplan einschließlich Frühsexualisierung unserer Kinder zusagt, sind Sie bei unserer politischen Konkurrenz ganz richtig. bevorzugen Sie stattdessen eine ideologiefreie und altersgerechte Familien- und Sexualerziehung unserer Kinder, sollten Sie doch lieber die AfD wählen. Falls Sie an der geradezu absurden Ideologie des Gender Mainstreaming festhalten wollen, wählen Sie eine beliebige der anderen Parteien. Wenn Sie diesem Spuk dagegen den Garaus bereiten wollen und stattdessen eine vernünftige und maßvolle Politik der Gleichberechtigung statt Gleichstellung bevorzugen, können Sie im Land nur die AfD wählen. Sind Sie ein Freund zunehmend dekadenter gesellschaftlicher Beliebigkeit, so sind Sie bei den etablierten Parteien ganz richtig. Halten Sie dagegen den politischen Einsatz für Ehe und Familie, für den Erhalt und Fortbestand unserer bürgerlichen Gesellschaft für richtig und für erstrebenswert, sollten Sie Ihre Stimme lieber der AfD geben. Wenn Sie Ihre hart erarbeiteten Steuergelder, gerne für allerlei grün-rot-schwarze Prestigeprojekte für Ausgab sehen wollen, so wählen Sie diese Parteien. Die AfD setzt sich für eine deutliche Konzentration auf die staatlichen Kernaufgaben durch höhere Mittelausstattung für Polizei und Justiz ein. Wenn Sie auch weiterhin Ihre demokratische Teilhabe auf alle fünf Jahre wählen gehen dürfen beschränkt sehen wollen und sonst nichts mitbestimmen wollen, sind Sie bei den Altparteien richtig. Der AfD sind direkt demokratische Entscheidungen nach Schweizer Vorbild ein besonders wichtiges Anliegen. Wir wollen, dass die Bürger in allen wesentlichen sie betreffenden Fragen mitentscheiden sollen. Falls Sie eine Fortsetzung der kopflosen und rein ideologischen Privilegierung des Ausbaus der Windenergie mit massiven und sinnlosen Subventionen für wünschenswert halten, können Sie eine der anderen Parteien wählen. Wenn Sie aber, wie wir, eine an physikalischen und ökonomischen Fakten ausgerichtete Energiepolitik mit einem vernünftigen Energiemix als zukunftsfähiger halten, sollten Sie Ihr Kreuz am 13.03. besser bei der AfD machen. Wenn Sie eine Fortsetzung der chaotischen und orientierungslosen Migrationspolitik wollen, wählen Sie eine der Parteien, die dieses heillose Chaos angerichtet haben. Falls Sie aber stattdessen eine geordnete, an den Interessen und Wünschen der Menschen unseres Landes orientierte Asyl- und Zuwanderungspolitik bevorzugen, wie es etliche andere Staaten längst erfolgreich praktizieren, sollten Sie sich doch besser für die AfD entscheiden. Liebe Wählerinnen und Wähler, lassen Sie sich nicht irreführen. Auch CDU und FDP geben vor, sich für einige unserer Ziele einzusetzen. Sie tun dies jedoch alles andere als überzeugend und stets bestenfalls halbherzig und unter Entkaufnahme fauler Kompromisse. Die CDU ist nach zehn Jahren unter Kanzlerin Merkel längst zur eigentlichen SPD geworden. Sie vertritt heute weder konservative Positionen, noch wird sie dem C in ihrem Namen noch gerecht. Wohl keine Partei hat in vergangenen Jahrzehnten so viel mitregiert wie die FDP. Dabei hat sie der konsequenten Freiheitlichkeit immer wieder einen Bärendienst erwiesen und sich stattdessen als reine Klientelpartei für diese oder jene Besserverdienerlobby erwiesen. Ihre Abwahl aus nahezu allen Parlamenten der Republik verdankt sie ihrer vollständigen Unglaubwürdigkeit. Nur irgendwie mitregieren zu wollen, ist eben noch kein Programm. Zur Landtagswahl tritt allein die AfD als konsequent konservative und freiheitliche, zugleich weltoffen patriotische Kraft an. Die AfD bekennt sich zu den christlichen und aufklärerischen Wurzeln unserer reichen Kultur und unseres Landes. Sie ist entschlossen, diese gegen ihre Verächter in Politik und Medien zu verteidigen. Ich sage es bildhaft gern so, wir sind die Menschen aus den Mietwohnungen und aus den reinen Mittelhäusern, die morgens aufstehen und mit ihrem Fleiß und ihrer Arbeit dieses Land tragen und weiterentwickeln. Uns ist noch bewusst, wessen Steuergelder es sind, die den Landeshaushalt tragen. Und wir wollen, dass mit diesen Steuergeldern das geschieht, was die Menschen wünschen, die sie erst aufbringen. Dazu gehört neben der Versorgung mit öffentlichen Gütern wie Polizei, Justiz und Infrastruktur auch die prioritäre Sicherstellung der sozialen Versorgung der Bürger unseres Landes. Wenn Sie sich mit diesen Vorstellungen identifizieren können, wird die Alternative für Deutschland die Partei Ihrer Wahl sein. Ich bitte Sie nun zum Schluss eindringlich, gehen Sie am 13.03. zur Wahl. Geben Sie Ihre Stimme der AfD. Wir können nur gemeinsam dieses Land bewahren und wieder auf einen richtigen und zukunftsfähigen Kurs zurückführen, damit sich auch unsere Kinder und Enkel noch in unserem bewahrenswert schönen Land Baden-Württemberg wohl und dauerhaft heimisch fühlen. Gemeinsam werden wir am 13.03. den Grundstein dafür legen und die AfD mit einem sensationell guten Ergebnis mit einer vielköpfigen und starken Fraktion in den nächsten baden-württembergischen Landtag führen. Ich freue mich auf diesen Abend, wie auch auf die dann vor uns liegende Arbeit zum Wohl unseres Landes. Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Jörg Meuthen.